Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf der Neurofischen Marsch, wir arbeiten jetzt weiter mit der Aussage von Soja Raubfall 15. Ich danke schonmal allen fürs Zuschauen und fürs Einschalten. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht bis jetzt. Anregungen, Kritik gerne bei Kommentaren hinterlassen. Ich würde gerne drauf eingehen. Danke. Ich beginne heute mit einer neuen Aufnahmesession, ich muss mal ein bisschen noch zurechtfinden. Wir werden aber mit Mais weitermachen. Gras werden wir später mähen. Darum müssen wir noch ein bisschen noch hinkriegen hier, damit wir hier die Sillage bekommen. Für den einen für die BGH wird es ganz gut, am anderen können wir schon mal. Also die erste Reihe ist immer blöd. Dann müssen wir noch ein bisschen weiter ran fahren. Dann müssen wir noch 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 im Einbruch gewinnen. Dann müssen wir noch ein paar andere Aufnahmes dazuleben. Dann rechts Dann Reaktion Anschlöpfen Jetzt komme ich Vielleicht ja jetzt Dann halte ich die Winterfahre Dann halt das Dann gehts Dann gehts Oh, guck mal. Oh, sie geht los. Ich denke, die Zeit ist ein bisschen langer, ein bisschen kurz, aber genau, rechter kann, wo wir, äh... Ich denke, die Flöder ist, dass die Zauber ist. Aber ich soll nicht weiter gehören. Ich müsste ihn gleich wieder umsetzen. Der ist nicht so einfach, ne? Weil so ein Maischenkel hat keinen Tank, das heißt, wir können nichts abfahren, was ist möglich. Also müssen wir, ja, müssen wir weiter. Hänger anhängen wollte ich auch versuchen. Hat nicht geklappt. Da mehr probiert. So, dann gehen wir mit fertig. Also, kümmern wir um nächstes. Dann machen wir schnell die Nacharbeiten. Also, ich bin echt gespannt, was für eine Mods jetzt im Mont Contest rauskommen. Ob dann der Season-Mod, dass ein Wetter kommt, das weiß ich nicht. Äh... Funktion... Ich sage mal, ob das schon gewesen sein. Ob das denn fertig geworden ist. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir mal. Dann können wir uns auf Wetter freuen. Einzig blöde ist, wenn man das dann aktiviert, dann ist es wirklich Frucht. Das ist Müll gesetzt. Das heißt, die jetzige Aussage, die ja dann ansonsten. Aber wir können ja nicht auf... Äh, nicht auf... Ja. Wir können nicht sicher sein, dass es blau kommt. Wir können gar nichts machen. Aber wir machen was. 1... Ja. Könnte man ja noch pausieren. In der Aufmühung, dass es dann... Hier ist das Gewaltverfugt-Maffine. Das hier ist nur 17 kmh. Wo ist das Ding? Schon so viel. Ja. Ich sage mal, dass es schon da raus PERKLAD. Ich nehme noch mal... Ich nehme so viel. Jetzt ist es, ich nehme an. Ich nehme an. So, hier werden wir jetzt mal einen anderen Motor starten, mit scharf oder mit weich. Ein bisschen mehr, sonst wird da mehr die Aussage fertig. So, wenn jetzt ein Ausland fertig ist, dann könnte man direkt auf 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, weitergehen. So, wenn der Rest meist auf reich wird. Wir sind heute im Spätenrande, ich hatte heute einen Blick getroffen. Das war ein schöner Tag. Wir waren der Motorenberg, KTM. Dann haben wir zum Urteilermuseum. Die ersten Autos von Porsche. Richtig alte Dinger. Die ersten, wir haben einen Elektroantrieb. Das war ein Satz. Der nervössteht. Der nervösstehende. aber die Bäume war ich da mit mir, dass wir, genau. Jaja, jetzt ist der Fall fertig, die Zoe-Aufzahl, wir werden mal sehen, ich war jetzt nur mit Folgen. 3 Stunden ungefähr Spieldauer insgesamt. Kurze Aussteigung, das heißt, Soja wächst in 7,6 Stunden, also fast 7,7 Stunden. Das heißt, rechnerisch rund 8 Stunden, das wollte ich nicht drücken, normalerweise. Rund 8 Stunden, jetzt ist es 8 Uhr, also 16 Uhr wird das erste Mal da sein. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach 5 Uhr. Lassen wir mal die Zeit ein, naja. Guck mal weitergehen. Ja, sieht nur aus. Ganz wie blöde es kommt, wie es zusammen wird. Ich glaube, ich weiß, Montag oder Dienstag kommt gleich ein Test. Kurz raus, dann wäre das ganz gut. Oder praktisch, wenn man nicht ausgesiegt ist. Dann ist es umsonst. So sparen wir uns immer noch ein. So, jetzt kann man das gut finden, wenn man da rechts geht nicht, das ist immer ein Weg. So, jetzt kann man das Fahrzeug fährt, sollte die Hauptspur frei sein. So sind wir kaum noch ein Teil, das kann man hier noch stellen. So, machen wir es weiter. Gras mähen später, wenn Mais fertig ist. Dann wird Mais auch noch mal dauern. So, ich fahre noch weiter hier an. Fahre noch schneller gehen. Ich muss gepflügt werden, naja, schön. Man muss meistens sowieso gepflügt werden. Ja, gute Frage. Dann wollen wir das mal abkippen. Oder? Dann wollen wir die rum. Rückwärts hinfahren, rückwärts. So, ich muss auch wieder versuchen. Ja, ne? Ja. Dann wollen wir um. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. oh oh too good oops oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, schon weiß ich. 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 Ja, ja, ja. 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 Ja, ja.